Mit dem Ende der Saison verlassen acht Spieler des aktuellen Kaders das Team von Trainer Daniel Thione. Darunter ist auch Kapitän Christian Groß, 29, der sich der U23 des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen anschließt. Die weiteren Abgänge sind Kim Falkenberg, Marcel Appiah, Robert Christo, Jules Reimerink, Ahmed Aslan, Marcel Ruschmeier und Halil Savran.